Ich sage dir, wer du bist. Das ist eine Botschaft. Mein Name ist Anita Hornling. Ich bin Coach und Ausbilderin für Face Reading und Psychophysiognomik und mit meiner über 25-jährigen Erfahrung lese ich in deinem Gesicht, wie du gemeint bist. Damit du auch sein kannst, wer du bist, braucht es natürlich auch dich. Und wie diese beiden Komponenten am besten zusammengehen, darum geht es jetzt hier in diesem Video. Wir sehen uns doch alle irgendwie danach, zu wissen, wer wir wirklich sind. Das ist doch eine der Fragen in unserem Leben. Wer bin ich? Und es ist ja schon fast ein bisschen vermessen, wenn ich sage, ich kann das sehen. Diese Frage hat natürlich ganz viele Dimensionen und auf die werde ich auch, so gut es mir möglich ist, auch noch eingehen. Aber ich möchte beginnen mit dem, was ich dazu beitragen kann, damit du ein Stück näher kommst an die Antwort, wer du bist. Was kann ich als Face Readerin, als Psychophysiognomin in deinem Gesicht sehen? Ich kann sehen, welche Begabungen, Talente und auch Herausforderungen du mitgebracht hast für dieses Leben. Was möchte sich durch dich verwirklichen? Was kannst du tun, damit du hier in dieser Existenz Freude und Erfüllung empfindest oder auch Lernaufgaben erledigst? Die Erde ist ein Schulungsplanet. Das haben schon ganz viele weise Menschen vor mir gesagt. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Wir sind alle hier auf dieser Erde, um zu lernen und zu wachsen. Und wir haben Aufgaben mitgebracht und wir haben Talente mitgebracht. Wir haben ja einfach auch Skills mitgebracht, die hier in dieses Leben gebracht werden wollen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir diesem Gefühl nahe, dass wir so richtig sind, wie wir sind und dass wir unsere Aufgabe oder eben auch unsere Mission erfüllen. Und das kommt dieser Frage, wer bin ich und was habe ich hier zu tun, schon verdammt nahe. Ich möchte ein Areal mal rausgreifen, was im Face Reading eine große Rolle spielt, gerade bei dieser Frage, wer bin ich oder was will durch mich gelebt werden oder hier auf diese Erde gebracht werden. Und zwar schauen wir uns dafür das Ohr genauer an. Warum? Weil das Ohr für unsere seelischen Bedürfnisse steht. Das Ohr ist das Areal in unserem Kopfbereich, in unserem Gesicht, was in früher embryonaler Phase schon als erstes ausgeprägt und angelegt ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass das Ohr etwas mit unseren tiefen Schichten zu tun hat, mit unseren Seelenanlagen. Also mit etwas, was schon ganz früh sich manifestiert. Ein Baby, das auf die Welt kommt, sieht noch so unfertig aus. Es ist ein Wesen, was sich noch entwickelt und was eben auch noch hilflos ist und, und, und. Aber das Ohr ist das, was schon ausgeprägt ist und was in seiner Grundform schon ganz viel verrät und eben auch schon wie so ein, ja, wie ein Fingerabdruck, wie etwas, was sich schon früh zeigt, auch verstanden und gelesen werden kann. Und deswegen schauen wir das Ohr in einem Reading immer mit besonderer Aufmerksamkeit an. Im Ohr, wie gesagt, zeigen sich seelische Anlagen, seelische Bedürfnisse. Wenn wir die leben, dann kommen wir tief im Innern in Schwingung und gehen mit der Welt in Resonanz, weil das Ohr ist ja auch ein Empfangsorgan. Also wir haben die Möglichkeit zu hören, Klang, Schwingung, Töne aufzunehmen, sie mit uns in Verbindung zu bringen und uns auch in Schwingung zu bringen. Das Ohr ist auch unser Gleichgewichtsorgan. Es hält uns in Balance und das Ohr ist so ein essentielles Areal in unserem Leben, dass es eben diese Aufmerksamkeit auch verdient. Und ich gebe mal ein paar Beispiele, welche Anlagen, Talente, Begabungen wir am Ohr beispielsweise erkennen können. Und ich blende hier auch immer, wenn es passt, Bilder oder auch Grafiken ein, entweder aus meinem Lehrbucheinstieg in die Psychophysiognomik oder meinem Kartenset. Beides steht hier hinter mir, dass, wenn ich etwas frei erzähle, du auch vielleicht ein Bild dazu bekommen kannst. Im Ohr sehen wir zum Beispiel die Anlage des inneren Kommunikationsvermögens, des seelischen Kommunikationsvermögens. Das zeigt sich an der Ohrleiste, der inneren Ohrleiste. Wenn die heraussteht, dann bedeutet das, dass es eine seelische Anlage, ein Bedürfnis ist, dass wir frei sprechen. Dass wir frei sprechen und eben auch so ungezwungen sprechen, also Sprechdenken und nicht vorher denken, bevor wir reden, sondern frei aus dem Inneren heraus reden, sodass der Verstand ausgetrickst wird, sodass wir aus unserem Inneren heraus kommunizieren. Und das führt dazu, dass wir uns manchmal dadurch auch die Welt erklären und dass da Dinge rauskommen, die eben nicht den Umweg über die Verstandeskräfte gegangen sind, sondern tief aus dem Inneren kommen. Das ist mega spannend, weil das braucht ja mitunter ein bisschen Zeit. Also Menschen, die so frei sprechen oder die erst mal so ein bisschen sich in Fahrt treten müssen, bis sie an diese innere Essenz auch rankommen und eben auch die Dinge verbalisieren können. Das ist nicht immer etwas, wofür die Umwelt so viel Geduld mitbringt. Ja, wir sind ja schon auch so getaktet, dass wir oftmals die Dinge auf den Punkt bringen müssen, um uns Gehör zu verschaffen und, 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 und auch eben mit kleinen Zeitfenstern arbeiten müssen. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich mir dafür einen Raum schaffen muss für mein inneres Kommunikationsvermögen. Und dass ich mir da auch die Zeit lassen muss, um auch manches so rüberzubringen, wie ich es möchte und wie es auch für mich befriedigend ist, weil ich bin nicht on point, wenn ich nur ein ganz kleines Zeitfenster habe. Ich muss mich da natürlich ganz stark darauf einstellen und dann geht es auch. Also man sieht natürlich, dass ich ganz stark dieses innere Kommunikationsvermögen als Seelenanlage habe. Und wie oft habe ich Menschen beraten und gesagt, probiere das aus, es ist wichtig für dich. Du wirst zu ganz bahnbrechenden Erkenntnissen kommen, du wirst ganz viel über dich und deine Aufgabe erfahren, wenn du dieses Talent nutzt. Und wie oft ist dieses Talent unter dem Radar oder es ist ganz weg. Warum? Weil wir eine Rückmeldung bekommen haben, wenn wir dieses Talent ausprobieren, als Kinder, als Jugendliche und das alles vielleicht noch so ein bisschen eben im Experimentierstadium ist. Wir müssen ja mit unseren Anlagen und Energien auch erst mal rumprobieren. Und wenn dann Rückmeldungen kommen wie, du redest dich um Kopf und Kragen, komm doch mal auf den Punkt. Was willst du eigentlich sagen? Du redest mich strubbelig und so weiter. Also Rückkopplungen, die eben auch einem das Gefühl geben, oh je, nee, das kommt nicht gut an, das mache ich jetzt nicht mehr. Schwupps ist eine Seelenanlage lahmgelegt. Und das passiert häufig. Auch schauspielerisches Talent können wir am Ohr erkennen. Das ist auch an dieser Ohrleiste zu erkennen, die dann bis vor zum Ohrloch geht. Das heißt, es ist ein seelisches Bedürfnis, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Das kann man auf der Bühne oder vor der Kamera tun, aber natürlich auch im normalen Leben. Das Leben ist auch eine Bühne. Und sich eben nicht unauthentisch oder irgendwie falsch vorzukommen, wenn man eben diese Wandlungsfähigkeit liebt. Wenn man es liebt, in Rollen zu schlüpfen. Und auch da werden Kinder manchmal gebremst oder auch Erwachsene. Oder wir bremsen uns eben selber, wenn wir das Gefühl haben, ja, ist das jetzt die Wahrheit? Habe ich jetzt, was habe ich denn da jetzt vorgespielt? Ist das jetzt eine Maske? Und, und, und. Die Fragen sind auch berechtigt. Aber sie können eben auch dieses wunderbare Tool, was wir eben mitbekommen haben und was gelebt werden möchte, auch, ja, zum Erliegen bringen. Und ich sage nochmal, die Anlagen im Ohr, die machen uns glücklich. Wenn wir die leben, dann sind wir glücklich. Und wenn wir davon sehr wenig leben, dann sind wir ganz stark auf der Suche. Auch andere Anlagen im Gesicht können das natürlich verursachen, dieses immer auf der Suche sein. Wenn wir vieles eben nicht in dieses irdische Leben bringen, was wir eben auch ganz materiell sichtbar hier hineinbringen dürfen. Und wofür wir eben auch hier sind. Und das Ohr spielt nochmal eine besondere Rolle, aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig faszinierender Gesamtkodex, den wir da sehen können und den wir natürlich auch nutzen können, um auf diese Frage eine Antwort zu finden. Wer bin ich? Was habe ich hier für eine Aufgabe? Was soll ich hier tun? Und die größte Messlatte, ob wir richtig sind, ist natürlich auch ein Stück Freude und Erfüllung. Und das muss sich nicht immer in extrovertierter Freude äußern oder es ist ganz individuell, wie sich Freude anfühlt. Aber es ist ein positives Gefühl. Es ist ein Gefühl, dass wir mit uns im Reinen sind, dass wir eine Verbindung zu uns haben. Und was sehen wir noch im Ohr? Musikalisches Talent zum Beispiel. Auch das ist natürlich ein schöpferisches Talent. Wir sehen, ob wir geistige Nahrung brauchen, ob wir seelisch auch auf diesem Weg sind, Erkenntnisse in die Welt bringen zu wollen, auch auf geistiger Ebene. Was sehen wir am Oberohr? Wir können im Gesicht auch wirklich sehen, ob wir sehr viel Macherenergie haben, ob wir Menschen sind, die wirklich hier im Materiellen richtig was aufbauen sollen. Oder ob wir eben im Ideellen sehr stark sind, ob es eher theoretischer Input ist, den wir hier zu geben haben. Und dass wir uns eben mit dem Machen tun, mit dem Umsetzen nicht in dieser materiellen Art auseinandersetzen müssen, sondern eben eher auf der geistig-intellektuellen Ebene. Wir können sehen, ob wir ganz stark mit der Gefühlsebene verbunden sind. Ob das ein Instrument ist, mit dem wir hier unser Sein sinnvoll und eben auch in unserem und im Sinne aller gestalten sollen. Ob die Gefühlsebene für uns sehr wichtig ist, sehen wir am Mund und auch an den Augen. Wir haben so viel zu lesen und die Augen, die habe ich jetzt als letztes genannt, sie zeigen auch am allerersten, wie wir unterwegs sind mit unseren Anlagen und Begabungen und wie wir mit uns auch in Beziehung sind. Die Augen zeigen, wie wir im Leben stehen, wie wir unsere Talente nutzen, wie wir denken und fühlen. Den Augenausdruck zu lesen, das ist die hohe Kunst der Psychophysiognomik und des Face Readings. Und sie zeigen eben auch unsere Gefühle und unsere Geisteshaltung. Und deswegen kann man auch daran erkennen, wie sehr wir das leben, was in uns ist, das wie und wer wir sind. Das Face Reading ist wirklich eine Riesenhilfe auf diesem Weg zur Antwort, wer bin ich. Aber ich habe vorhin schon angedeutet, diese Frage ist so groß, dass ich natürlich mir niemals anmaße, die in Gänze beantworten zu können für einen Menschen. Weil das ist so eine individuelle Antwort, die jeder für sich selber natürlich auch suchen muss. Und sie fängt an, indem wir bereit sind, unsere Talente zu leben. Das ist auch manchmal braucht das Mut und das ist auch eine Challenge, weil wir vielleicht manchmal auch in anderen Fahrwassern unterwegs sind und es auch wirklich eine Veränderung oder ein Verlassen der Komfortzone braucht, um das auch zu leben, was in unserem Gesicht steht. Aber diese Ermutigung ist so oft von Erfolg gekrönt, weil wenn wir das ausprobieren, merken wir ganz schnell, dass es uns erfüllt und dass es in die richtige Richtung geht. Aber wenn wir das ganze noch größer denken, wenn wir das irdische Leben nur als einen Teil unserer Existenz erleben, dann wird die Frage natürlich noch größer. Dann geht sie noch in andere Dimensionen und da ist die Kunst des Face Readings an ihrem Ende. Weil da sind noch ganz, ganz andere Fragen und ganz andere Weisheiten hilfreich, um dahinter zu kommen und da auch eine Antwort zu finden, die uns die ganzen großen Zusammenhänge auch ein Stück weit erschließt. Aber auch das ist eine individuelle Entscheidung, ob das für dich auch der Weg ist, hier in diesem Leben diese Erkenntnisse haben zu wollen oder eben auch nicht. Auch das ist unterschiedlich. Wir sind hier in diesem Leben mit ganz individuellen Aufgaben auch unterwegs. Und bei manchen ist es der Deep Dive, bei manchen ist es eben die Öffnung nach oben, Bei manchen ist es auch wirklich das ganz irdisch Materielle, was wirklich im Vordergrund steht, was hier erschaffen werden möchte. Und die großen Zusammenhänge sind vielleicht nicht so wichtig. Es ist komplex. Es wäre ja auch irgendwie schade, wenn ich mich jetzt hier hinstellen könnte und so eine eindeutige Antwort geben könnte. Obwohl wir uns natürlich bei der Überkomplexität unserer Welt nach einfachen Antworten sehen. Aber so ist es nicht. Es ist komplex. Und es ist auch gut so, weil wir dürfen uns auf die Suche machen. Und wir dürfen auch die Erfolgserlebnisse genießen für die kleinen Schritte, die wir gehen. Für die Erkenntnisse des Alltags und auch die Herzöffnung, die uns gelingt und wo eine Rückkopplung geht. Für die Resonanz, die wir eingehen. Oder eben auch die Antworten, die wir finden im Kleinen und im Großen. Ich kann nur sagen, Face Reading hilft dir, dich auf diesen Weg zu machen und auf deinen Weg vor allem. Weil es gibt so viele Ansätze, die einen auch wieder verwirren können. Und die auch immer eine geringe Halbwertszeit haben können. Die vielleicht mal für den Moment irgendwo den Weg zeigen. Und dann kommt wieder eine nächste Lehre oder eine nächste Weisheit daher. Und schon ist man wieder auf der Suche. Und dieses bei sich anfangen und der Körper und unser Gesicht sind so klare Wegweiser zu uns selbst. Und dort anzufangen, das geht schon ans Essentielle ran. Das ist schon der Weg, der uns wirklich auf diesen Pfad der Erkenntnis schicken kann. Und deswegen kann ich nur ermuntern, ja, wenn du diesen Ruf spürst, dich damit zu beschäftigen, was dir ins Gesicht geschrieben steht, was man an deinem Gesichts- und Körperausdruck lesen kann, was dich mit dir verbindet und was dich eben auch auf deinen Weg zu dir selbst führt, dann kann ich dir nur die Einladung aussprechen. Schau dich hier um, auf meinem Kanal sowieso. Schau dich auf meiner Website um. Schau die Links hier unter diesem Video mit Veranstaltungen, mit Angeboten. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und bis wir uns begegnen, nicht vergessen, vertrau dich.